Ich vermisse dich jetzt schon, weißt du? Ich werde einfach hier auf dich warten, einsam und verlassen. Bleib doch hier. Das ist meine Arbeit und die ist mir wichtig. Ich weiß, dass dir das wichtig ist, aber muss das denn im Amazonas sein? Wir kriegen das hin. Unglücklicherweise wird Trankose Tomaten den Vertrag mit Teto Fresco nicht verlängern. Aber das kannst du doch nicht machen, um Gottes Willen. Das war's, Tito. Was ist das? Teto. Überraschung. Ich werde Teto Fresco hierher verlegen. Entschuldigt ihr zwei. Hey, wie geht's? Hey, Teto, alles gut bei dir? Paula, wir haben einen Notfall. Ich muss gehen. Paula! Ich verzichte weder auf Teto Fresco noch auf Paula. Ich werde sie bitten, mich zu heiraten. Was jetzt? Paula! Paula! Du hast lernen, Menschen zu sehen und ihnen zuzuhören. So wie du möchtest, dass man dich sieht und dir zuhört. Bist du so egoistisch und verwöhnt, dass du nicht merkst, dass ich ein eigenes Leben habe? Dieser kleine Ara weiß wirklich nicht, was er tut, oder? Das ist Teto. Ich glaube, ich brauche eher eine Schmerztablette. Verbindest du dich mit dem Wald, hilft er dir, dich selbst besser zu verstehen. Du erinnerst dich wohl nie, oder, Teto? Doch, ich erinnere mich. Ich versuche, mich zum Besseren zu verändern. Teto, ich möchte so sehr an dich glauben. Das habe ich hier gelernt. Die Augen sind der einzige Teil des Körpers, der nicht lügt. Ich freue mich. Ich serie bspirbel.